2,5 Mille Einsatz Jungs Alter, ich direkt gegen Michi, was ist los? Alessa rastet aus, Alter Ich schwör, Schau, okay Alessa sagt so, der wär voll der Scrub, aber dabei rastet der voll aus Ich Nur ich Gegen Michi, oder wie? Sorry Alter, das Bild von Katsuya ist krank Round 1 Fight Kann sein. Nein, der hört dich nicht. Ja, der hört dich nicht. Nein, wie der mich noch gekriegt hat, alter Michi, das war krank, was, ich leb noch, alter, das war echt rotz, ich wär eigentlich weg. Hä, ich war doch unten. Scheiße, das hätte ich eigentlich jetzt verloren. Nein. Boah, ich hab eigentlich nach unten gedrückt, ich dachte ich duck mich jetzt und der fickt mich jetzt damit. Ah, direkt mit Gegenschein in der zweiten Runde, was läuft hier falsch? Was ist los Musti? Was geht? Warum sehe ich das nicht mal? Mann, Scheiße. Okay. Dinger, wie lang geht der Kampf noch? Ja, wieviel ist der letzte Runde? Alessa, renn. Renn um dein Leben. Schicker Michi, alter, der hat vieles nicht getroffen, was hätte er treffen sollen. Aber gut gespielt, alter, du hast mich mit der Electric gekriegt, alter, das hätte ich echt nicht gedacht, alter. Schicker Michi, alter. Echt stier, dass du kein Headset hast, Mann. Echt schade. Ich schwör. Schau, du gehst jetzt ins Loser's Bracken. Jetzt nimmt er bestimmt wieder seine Fotzer an. Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. Ich kann's nicht, ich bin ich nicht. Was für Kreis, was heißt Kreis? Was für Kreis? Was für Kreis? Was für Kreis? Ich verstehe euch nicht. Was ist das? Was ist das Kreis? Zwei ist Dreieck. Ich weiß auch nicht. Was ist Kreis? Ja, was ist Kreis? Was ist Kreis? Ja, was ist Kreis? Ja, was ist Kreis? Sorry. Was ist Kreis? Dieser scheiß Move, Alter. K. Ganz A4. Okay. Du Wichser. Reicht. Fuck. Fuck. Ey, Mann! Scheiß Punish. Dein Ernst! Ich stehe dort jemla. Nein, wäre ich ein bisschen früher gewesen. Was? Ich habe falsch gedrückt. Ich wollte blau. Alter. Ey, dieser Scheiß-Move ist doch so eklig. Ey, dieser fucking Punishment. Alter, ich gehe nach hinten, das trifft trotzdem, was ich bis an. Ey, ich habe aus Versehen auf die Pad gedrückt, auf die Pad, auf Touchpad. Okay. Ich habe dich rausgekippt aus dem Siegesbracket. Ey, wer spielt jetzt, achso, der, der jetzt verliert, spielt gegen mich hier. Wo ist Alessa? Wo ist Alessa? Ist der immer noch auf dem Klo? Alessa! Ich habe Kämpfe gleichzeitig eigentlich eingestellt. Doch, doch, das kann man beim Erstellen vom Turnier, kann man das einstellen. Ich habe auch, da steht entweder Kämpfe gleichzeitig ausführen, ja oder nein. Und ich habe auf ja gemacht. Häh? Achso, du hast verli... also verlieren lassen, sozusagen. Gegen wen spiele ich jetzt eigentlich? Gegen wen spiele ich jetzt eigentlich? Gegen wen spiele ich jetzt eigentlich? Der von mir aus. Das ist von Saturn trefft, die ganzen Leute da. Das war der Typ, der gesagt hat, der hat sich extra Street Fighter geholt, um mal Kummer zu lernen. Das war der Typ, der gesagt hat, der hat sich extra Street Fighter geholt, um mal Kummer zu lernen. Ich muss echt gucken, weil normalerweise habe ich das so eingestellt, dass man nicht extra warten muss für seinen Kampf. Zockt ihr schon? Guck, ich zock auch, also geht es doch gleichzeitig. Warum? Da müssen wir ja immer warten, bis einer fertig ist, ist doch scheiße. Okay. Ich dachte, wenn ich nicht gleichzeitig mache... Ich glaube, der ist raus. Ja, der hat die Sitzung verlassen. Automatisch gewonnen. Muss weg bei. Achso, der hat geschrieben. Der hat geschrieben. Jetzt muss ich so lange chillen, bis der Kampf wahrscheinlich vorbei ist. Und bis dann dran... Ich glaube, dann spielt Muszi gegen Michi. Und dann von euch die Gewinner gegen den, ihre Gewinner und dann gegen mich. Aber das heißt, das Price Money ist jetzt auch gesunken. Ich bin im Finale, Alter, krank. Das heißt, eine Runde kürzer. Hä? Monkey Dibobo gegen I Wanna Be Made. Monkey Dibobo hat schon gewonnen. Nee, das hat mich nur gewundert, dass es so schnell vorbei ist. Achso. Wie lange braucht ihr noch? Okay. Danach gegen Michi. Und dann Finals. Stimmt, dass es sowas nicht bei Dragon Ball gibt, Alter. Und dann geht's. 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 gemacht michi hau rein michi gibt den jetzt böse lasst den gar nicht weiterkommen raste aus gib ihn böse an nur noch zwei runden michi gegen scha und danach der gewinne dann gegen mich und dann ist sowieso schon vorbei ja geh auf einstellungen also michi raal der krank von gold david ja phoenix david in allem diese scheiß fortfahrer der spammt einfach und fertig alter kommt mir das nur sofort und läuft schneller als sonst nein der spielt gegen scha da steht manche die bobo gegen und zuvor alter michi rostet aus mach ich schwör das geht doch testtaste erhalten share-taste erhalten wenn du share-taste hältst dann machst du screenshot und dann kannst du das in nachricht verschicken hier aber so ist qualität scheiße scheiß katharina scha geht einfach drauf und spammt schaust schaust die 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 Warte, jetzt bin ich gespannt. Hey, ich habe gerade Haul angehört. Ich schwöre, da steht Monkey Dibobo, Devil Jin gegen Katsuya, beide von Michi, the fuck, muss man das verstehen, ich schwöre, guck den Gruppe, was Alessa geschickt hat. Ich mache das, das ist doch ass normal, warte, ich schicke es in die Gruppe, wie geht das halt, Michi, komm, das schaffst du, Hellsweep und dann, äh, Dings, oder so, gut gemacht. Exhibition. Jawohl, der reißt noch, der reißt noch. Gibt euch Bill. Komm, perfekt. Jawohl, Michi hat es geschafft, von 2-0 auf 3-2, oder? Alter, der hat zerstört, Alter. Ich muss gegen GG, ich muss gegen den Ausrasten, jetzt sonst verliere ich, Alter, was geht? Alter, das war krank, Michi. Ja, guck, das war das, was Alessa gemeint hat. Zockst gegen Michi. Ja, Mann, wir zocken gerade, Turnier. Achso, der hört uns nicht. Sorry. Okay, voll verschickt. Willkommen zu dem King of Iron Fist Tournament 7. Wen nehme ich gegen den, Alter? Boah. Scheiße, wen nehme ich gegen den? Jin Kazama. Was ist los? Was ist los? Alter, wenn du mit dem Schreiben willst, dann schreib nicht in Gruppe. Jin gegen Devil Jin. Perfekte Arena. Alter. Musti, deine Message, Alter. Schreib doch privat, Alter. Alter, das lenkt Kraft übel ab. Ey, Ibo. Ey, Mann. Ich kann mich gar nicht auf das Spiel kommen. Ich kann mich gar nicht auf das Spiel kommen. Ich kann mich gar nicht auf das Spiel kommen. Ich kann mich gar nicht auf das Spiel kommen. Kraft. Was? Nicht gepunischt, Alter. Alter. Ich muss mich grad übel. Ich darf keinen Fehler machen. Fuck. Fuck. Ich kann mich gar nicht mehr. Ja man, das war gerade echt krass, vor allem wie ihr mich am Anfang abgelenkt habt, ihr Wichser, ich dachte gerade, ich kassiere jetzt übel, ich hatte voll Glück. Platz 1, Platz 1, gut gespielt Michi, war echt gut, du sagst zwar stimmt nicht,